Umgangsformen? Überflüssiges Zeug aus der Vergangenheit, braucht doch heute sowieso keiner mehr. Außerdem, hey, ich will doch viel lieber authentisch bleiben, als Umgangsformen zu kennen. Das ist ja steif und konservativ. Und hey, Digitalisierung, wer braucht denn noch Knigge bei Digitalisierung? Haben Sie das schon mal gehört oder vielleicht auch schon mal gedacht? Naja, das kann ich gut verstehen und auf den ersten Blick scheint da sogar was dran zu sein. Sozialer Umgang, seit hunderttausenden von Jahren sind das ungeschriebene Regeln des Zusammenlebens. Und natürlich, klar, wir können Zöpfe abschneiden und es geht auch nicht darum, die Asche zu bewahren, worum es geht. Es geht darum, das Feuer am Leben zu erhalten. Deswegen ist der Titel ja auch moderne Umgangsformen. Und ich bin Alexander Plath und mein Thema ist alles, was mit Gehirngerecht zu tun hat. Moment mal, was haben denn jetzt Umgangsformen mit Gehirngerecht zu tun? Naja, unser Gehirn entscheidet in jedem Moment unseres Lebens, was wir tun und was wir lassen wollen. Wen wir sympathisch finden, wen wir respektieren, wen wir für kompetent halten. Und das passiert, ohne dass wir merken, warum. Das kennen Sie bestimmt. Manche Menschen können Sie leiden, manche können Sie weniger leiden und Sie wissen gar nicht, warum. Aber es hat einen Einfluss auf unser Leben. Und das hat etwas zu tun mit Umgangsformen, mit dem Umgang miteinander. Und dieses Thema begeistert mich. Ich liebe es, Menschen zu zeigen, wie sie andere von ihrer Kompetenz, ihrem Fachwissen und ihrer Persönlichkeit und ihrem Charakter überzeugen. Und das mache ich mit Vorträgen, das mache ich als Trainer und Coach und auch privat interessieren mich Umgangsformen, weil meine Eltern mich schon auf dem Weg mitgenommen haben. Und ich habe Ihnen hier mal eine Übersicht mitgebracht über die einzelnen Module des E-Learnings, also über die Themen, die wir uns gemeinsam anschauen. Und Sie sehen, es ist so wirklich ziemlich für alle Lebensbereiche etwas dabei. Und was ich Ihnen verspreche, dass wir nicht nur all diese Themen behandeln werden, dass Sie mit mir gemeinsam da durchgehen, durch diesen Blumenstrauß an Themen, sondern dass wir dabei auch eine Menge Spaß haben werden und dass Sie garantiert Situationen wiedererkennen, in denen Sie bereits gewesen sind. Ich verrate Ihnen eins, es geht nicht darum, Regeln auswendig zu lernen, es geht aber darum, Empfehlungen zu haben. Es geht nicht um ein Regelbuch, wo drinsteht, dann darfst du das und dann darfst du das und dann musst du das. Nein, es geht um Empfehlungen, die Ihnen mehr Sicherheit geben. Weil wenn Sie Sicherheit gewinnen, dann fühlen Sie sich freier und entspannter, dann machen die Dinge mehr Spaß und dann können Sie die Regeln auch mal brechen, wenn Sie es möchten. Es geht um lebendige Kompetenz des Miteinanders als Menschen. Und ich zeige Ihnen, Umgangsformen machen Spaß. Ich freue mich schon drauf, Sie zu begrüßen beim E-Learning für moderne Umgangsformen und Business-Knicke. Ich freue mich schon drauf, Sie zu begrüßen beim E-Learning für moderne Umgangsformen und Business-Knicke. Ich freue mich schon drauf, Sie zu begrüßen beim E-Learning für moderne Umgangsformen und Business-Knicke. Ich freue mich schon drauf, Sie zu begrüßen beim E-Learning für moderne Umgangsformen und Business-Knicke.